20. Februar 1810. Zur Mittagsstunde wird der Tiroler Freiheitskämpfer Peter Mayer in Bozen hingerichtet. Die Exekution erträgt er, wie es später heisst, mit Fassung. Einem Geistlichen hat Peter Mayer zuvor den Auftrag erteilt, die Menschen in und um Brixen wegen des grossen Leids, das seinetwegen entstanden ist, um Vergebung zu bitten. Am 20. Februar des Jahres 1810 zur Mittagsstunde wird der Tiroler Freiheitskämpfer Peter Mayer in Bozen an der Wassermauer der Talfer hingerichtet. Feuer! Feuer! Zehnte später geht er als Held der Wahrheit in die Tiroler Geschichte ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017